Jetzt trifft Farid auf Schatzemann. Schatzemann ist gut. Da, der Farid geht weg, weil der Schatzemann knurrt. Du bist fein, Farid, ne? Du bist fein, mein Faridchen. Ja, fein, mein Farid. Farid, Schatzemann ist halt älter und hat Lebenserfahrung. Und das weiß der Farid. Farid! 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 Ne, jetzt sieht er den Aschkimm da hinten und will unbedingt dahin. Das weiß er natürlich auch. Jetzt. Und jetzt zieht Hope. Und der Aschkimm kommt da und guckt, dass der Fahrrad jetzt da drin ist. Das weiß ich nicht.